Hi Leute, you're coming with my TZ! Und wir kommen heute zu einer neuen Folge Hellspin Discard. Freunde der Sonne, wir haben heute ein sehr, sehr ekelhaftes Rad am Start. Es spiegelt hier ein bisschen, wir haben so ein Best-of-Footballers-Wundertüten-Hellspin-Discard. Ja, es ist Toaty-Icons, Toaty ist drauf, Jungs, es ist alles drauf. Einfach rein, es gibt keinen Pluspunkt. Kein extra Punkt, ne, es gibt einen Kraftton hier rein, fertig. Gib dich, auf da. Ja, die nehmen wir bitte. Und jeder halb, und ich sag mal, du kannst ihn ja auch verteidigen. Also ohne extra Punkt heute? Ohne extra Punkt. Es geht hier rein um die Qualität, die ihr dann auf dem... So sieht's aus. Ganz trocken. Aber eigentlich muss ich den hier mitnehmen, oder? Digga, es ist so schwer, weil Icons nix fürs Team bringen, aber sie sind auch so schön. Digga, ich kann auch kein Toaty-Icon rundet liegen lassen, das geht nicht. Okay, kann's nicht bringen. Muss mitnehmen. Geht nicht. Sieht gut aus hier, sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Sag ich dir, wie's ist, was ich hier zusammenzimmer. Ja, ja, ja. Hat echt großen... Das Ding ist, bei mir hat's Hand und Fuß, weißt du, das ist immer schön zu sehen. Sieht sehr gut aus, Simo, du gehst hier in eine sehr, sehr schöne Richtung. Ich baue so dreckig. Oh, Dolini. Geisteskrank. Da nehme ich sogar noch frech den hier mit, ne? So. Wir passen halt, oder? Wir brauchen... Gut, ich werde jetzt auch den kriegen. Ja, ist dein Ding. Ist dein Ding. Leg ich mich weit aus dem Fenster. Spanische. Das Ding ist sowas von safe durch. Wow. Könnten wir jetzt auch den hier mitnehmen, könnte aber auch vielleicht noch was für... Frankreich. Übrigens riskant. Könnten wir in einer Nation gefangen bleiben. Gut, aber du brauchst es gut, wenn du noch zwei... Ja, du brauchst halt noch zwei Premiers, so. Ja, komm, da mache ich nichts mehr falsch. Frankreich ist immer super. Alter, was ist denn das? Ja, super, ne? Was ist denn das? Ja, gut. Ich sag mal so, wenn wir da ins Rad gehen, ne? Ich meine... Was ist denn... Da geht sogar ganz frech. Ganz frech. Der kleinste Torhüter Deutschlands rein. Was ist denn das? Das ist doch bloß, wie kannst du die Hand heben. Boah, ab wann? Ich acker noch. Ich acker noch. Ich arbeite noch. Lass mich noch arbeiten. Ein anderer MS wäre auch fein. Premier League. Scheiße. Digga, was geht denn hier ab? Jetzt muss ich doch in die Premier League, ne? Eieieieiei. Digga, was passiert hier? Das gibt einen Draft-Rekord. Das gibt einen Draft-Rekord. Frim-Pom mit dem Rucksack. Du nimmst mit rein. Okay, Rating. Mit dem geht's noch ein bisschen besser. Ja, ja, ja. Ich muss auch... Hey! Ich muss ja auch überhaupt keine... Ich kann auch Premier League machen. So ist das nicht? Dann scheiß auf die Liga. Guck mal hier. Geht auch so. Beste mit rein. Du bist ja schon... So stehen wir ja. Ja. Das ist stark. Das ist super. Guck mal jetzt hier. Guck mal bitte ein... Aber wird keiner mal kommen, oder? Guck mal, voll. Der braucht die Nation. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen ackern. Ja. Angreifer, glaube ich, nicht mal hier. Ackert der? Ne. Okay. Okay. Jetzt kommt der Verteidiger. Boah! Das ist so stark. Muss man zufrieden sein. Ja. Illusion. Nice. Also ganz sauber und schnell durchgebaut. Ich glaube, so ein schneller Draft hatten wir noch nie gehabt. Ich glaube, du hast den Draft innerhalb einer Minute gebaut. Huuu. Oh, bitte geh noch hoch. Huuu. Huuu. Das war von München. Ja, kann doch. Guck mal, so ein... Kann doch, ein MS. Ja. Muss mich vorsichtig rantasten. Fürs Feeling. Das klang zuerst. Aber jetzt finde ich schade. Weil der bringt jetzt keinen extra Punkt. Nee. Der kommt jetzt da rein und bringt eigentlich der Mannschaft gar nichts. Doch, so ein bisschen präsent. Das geht natürlich auch. Wenn ich jetzt nochmal hier die Premier League rausnehme. Dann nehme ich mir sogar die Zeit. Sortierst du schön. Dann nehme ich mir sogar die Zeit. Wie viel hast du noch auf dem Broski? Ähm, nicht so viel. So, warte mal. Jetzt lass mal gucken. Wo ist denn der Viert? Da fehlt einer. Da fehlt einer. Verloren haben wir auf gar keinen Fall. Nee, 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 nee. Wenn ich das Ding jetzt hier... Am Rad verlieren wir vielleicht. Aber ansonsten... Am Rad. ...zurückbaue. Und die beiden... Also die sind ja... Schwanz. Eigentlich so ein Schwachpunkt auch drin. Ich hab auch einen Detaillier Glück. Vor alle Dinge, ähm, muss man auch sagen, es sind nur eine Liga. Nee. Dass die MLS bisschen mit eingebunden... Ich hab mich auf zwei Ligen konzentriert. Guck, dass ich farblich noch irgendwas rausholen kann, so. Ja. Was sagst du? Ja, sieht auch sehr schön aus. Gefällt mir gut. So auch der Mix, weißt du, so vorne ist so die Spitze der Toti-Icon. Boah, der ist aber stark. Breitet sich dann mit so Icons aus. Das gefällt mir sehr gut. Ich will hier immer hin, so Tannenbaum-mäßig, ne? Ja, sieht sehr schön aus. Ich sag ehrlich, du kannst die Hand heben, das ist vorbei. Kannst du nicht besser sein. So. Ja, der ist halt der Wirt, ne? Was bringt denn hier was? Spanien? Nee. La Liga? Nee. Er hat mich... Hat die Icons wieder... Ne? Ich glaub, ich muss die Hand heben, wenn er... Ja, sag ich jetzt schon seit vier Minuten. Hebe es einfach. Es kommt in letzter Zeit aber oft mit, ich muss die Hand heben. Da kannst du nichts machen da. Sag ich dir, wie es ist. Es ist wieder... Es ist die Icons gewesen. Es sind Icons in diesem FIFA-Teil sind der Bruch. Was willst du mit einer Icon? Könnte ich bei dir grad nicht bestätigen, oder? Was willst du dazu sagen, wenn er diesen Satz bringt? Ich hab vier eingebaut, ohne Probleme. Ja gut. Wenn man... Wenn man das Draft mit bezahlten Gebühren donated bekommt, dann ist das immer eine andere Geschichte. Ich musste ackern für meinen Lohn und drei Ligen mit einer Icon ist schwer. Ja, das ist schwierig. Ich hab mich halt nur auf zwei Ligen konzentriert. Icon-Liga und Premier League, oder was? Ich hab noch nie hier mal ein Kampfhaus mit eingebaut. Ach, stopp. Sonst nur Premier League gefahren. Ich guck mal, ob ich das Brot nach Hause krieg. Da kriegst du kein Brot mehr nach Hause. Meine Bewertung ist so gut runtergefallen. Ah, zwei Chemiepunkte hab ich doch bekommen. 119. 119? Ja. Süß. Auf jeden Fall. Wer gefällt dir so am besten? Francisco. Äh, hier steht nur souveräne 133. Spaß, 123. Geh mal ins Rad. Ich bleib sitzen. Bleib sitzen, Timo. Ich geh zurück ins Glied. Bitte, das ist gut. Der jetzt wieder Kopf hat dreht sich das Ding um. Die Männer sind verflügt. Toti Icon! Das war so knapp, Digga. Aber wie kurz hast du ihn gedreht? Also ich weiß nicht, ob das alles so legit war. Nee, nee, nee. Ich hab richtig lange gedreht. Ich hab mich sogar hingesetzt beim Drehen. Sagt er will drehen und dann auf einmal, oh Toti Icon. Na, okay. 500k Mindestpreis, ne? Ja. Oh. Oh. Bist du drauf? Bist du drauf? Ja. Ich will, darf ich sagen? Ich halt mich halt bedeckt. Ich will die Nummero eins. Boah, Digga. Zum Glück bist du so... Nein. Also ich hätte vier genommen. Boah. Oh. Okay. Also die vier wären Gerd Müller für anderthalb Millionen gewesen. Die eins ist ein Machilelele für 890. Wo ich in Anbetracht der Lage hier sehr gut mit arbeiten kann. Denn auf der fünf, sechs, auf der sieben ist ein Zanetti für zweieinhalb. Und auf der neun ist ein Roulette für 14,98 Millionen Münzen. Und der hätte mir dann doch die Sprache verschlagen. Ich bin aber glücklich. Es kam kein Switch. Ich kauf sogar einen für 900, Machilele. Wir sind wieder auf einem guten Weg, Timo. Entspannt hier. Das ist so wenig. Bruder, ich hab grad wirklich alles an mir vorbeiziehen sehen. Ich dachte jetzt, das war's. Der Machilele macht sich auf den Dick. Wird eingetauscht für den Oxlade-Chamberlain. Ist eh besser. Ich hab's schon immer gesagt. Oxlade-Chamberlain ist eh mein Mann. Machilele, mein Freund, mach's gut. Wir hatten eine lange Zeit hier von ungefähr anderthalb Minuten zusammen im Verein. Ich hab's sehr gefühlt. Aber ich will das noch mehr als ein holle Toti-Icon-Biscount. Von daher all good. Ja, man kann halt alles haben. Man kann halt alles haben. Ja, ich bin zufrieden. Ich reg mich gar nicht auf. Ich reg mich gar nicht auf, Jungs. Haut's da rein. Ciao, ciao. Tschüss.